Hallo und jetzt noch zurück zu GameDev Tycoon. Momentan ist unsere Firma unbeschäftigt oder unsere Mitarbeiter unbeschäftigt. Und so wie es ausschaut, schicke ich die wohl offensichtlich ein bisschen zu wenig auf Urlaub. Dann werden wir die mal alle beurlauben. Also das heißt zu wenig schicke ich sie quasi gar nicht auf Urlaub, wie man auch an den leeren Balken hier sieht. Aber wir verdienen ja hier mit unserem neuen Spiel relativ gut bzw. haben wir relativ gut verdient. Mit wer läuft es ja ein wenig aus. Ja ist die Frage, was machen wir denn als nächstes? Ich habe letztes Mal sicher was beschlossen, weiß es aber nicht mehr, weil ich ein bisschen Pause gemacht habe. Wir können ja einfach mal schauen, was es noch zum Forschen gäbe. Ja sonstige Kommentare, also ein bisschen über die Engine habt ihr ja geschrieben. Soundtrack, Cutscenes oder schauen wir mal ein interessantes neues Genre, Cyberpunk. Das interessiert mich, wenn wir das mal erforschen. Ja da habt ihr einiges kommentiert und was ich auch interessant finde, ist so ein bisschen, das ist zwar weniger auf meinem Kanal besprochen worden, wie an anderen Stellen. So die Diskrepanz bei GameDev Tycoon. Soll man jetzt da hinter die Kulissen blicken und sich durchs Wiki wühlen und alles ideal spielen und sozusagen anhand der Zahlen verstehen oder soll man selber drauf kommen? Ich bleibe beim selber drauf kommen und im Wiki ist das auch schön beschrieben. Da steht so ein Satz, wo es heißt, du hast zwei Möglichkeiten. Das erste ist, das Spiel zu spielen, wie es gedacht war und einfach Spaß haben. Das zweite ist, ins Wiki zu schauen und sich die ganzen Algorithmen und Formeln rauszusuchen. Ab und zu schaue ich dann doch was nach. Beziehungsweise habe ich jetzt gerade wieder nachgeschaut, weil ich es einfach nicht ganz verstanden habe oder weil ich mir denke, das ist etwas, was man einfach wissen sollte, damit man das Spiel ein bisschen besser versteht. Dazu aber gleich. Schauen wir mal vorher die Industry News. So, die Vena-Fans haben lange drauf gewartet. Endlich die Dreamvast angekündigt. Ein Sprecher der Firma meint, ein Traum wird wahr, die wohl fortgeschrittenste Spielekonsole aller Zeiten. Ja, mächtige Grafik, Hardware, super Qualität, High-End-PCs. Praktisch also ein Rivale für High-End-PCs. Modem sogar eingebaut. Und also Online-Spiele möglich, später im Jahr verfügbar. So, die waren jetzt alle auf Urlaub und wir haben Cyberpunk erforscht. Ja, zwei Millionen haben wir da verdient. Nicht schlecht. Dann schauen wir gleich mal ein Publishing-Deal. Was gäbe es denn so? Fashion. Hm, Sports-Action für die Master Wii. Für den TS. Vena Oasis. Also da haben wir nur Deals, die wir nicht machen können. Oder eben Fashion für DJQ, für irgendeine Plattform. Sollen wir Fashion noch erforschen? Sollen wir das noch erforschen? Erforschen wir noch schnell Fashion. Oder machen wir was anderes? Sollen wir wieder einmal ein Sequel machen? Ein Sequel zu irgendeinem, was heißt, wieder mal haben wir ja gerade letztlich, aber zu irgendeinem alten Titel. Nicht zu alt. Basic Quest war ja, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ein Fantasy-Adventure. Das wäre eigentlich interessant. Wann haben wir das letzte Mal Fantasy-Adventure gemacht? Mal schauen, das war es ein Fiction-Rollenspiel. Aliens-Action. Time-Travel-Adventure nicht so gut angekommen. Ja, dann warum nicht? Machen wir doch ein Sequel zu Basic Quest. Das ist eh schon lange her, dass wir das gemacht haben. Und das wird dann entsprechend Advanced Quest. Für jedermann. Sollten wir uns da trauen, in Eigenregie schon ein Medium-Game machen bei 100.000 Fans? Ja, trauen wir uns das doch, oder? Ein... Moment. Was war denn das? War das überhaupt ein Fantasy-Adventure? Jetzt habe ich gar nicht geschaut. Das sollte man vielleicht schauen. Wäre eventuell nicht schlecht. Das wäre eventuell nicht schlecht. So. Also, nochmal zurück. Zurück, zurück, zurück. Basic Quest. Ein Fantasy-Adventure. Doch, hat schon gepasst. Okay. Also, Sequel. Irgendwie... Ah, da oben muss ich blättern. So. Macht Sinn. So, ab. So weit. Basic Quest. Fantasy-Adventure. Ist eh schon ausgewählt. Dann passt das natürlich für den PC. Mit unserer Adventure-Engine V3. Ja, also nochmal. Und... Quest Medium. Und los geht's. So. Natürlich so rum. Ja, und was ich eben jetzt nachgeschaut habe, weil es mich interessiert hat, ist das Thema Design und Technology. Technology, die Punkte da oben, die Punkte da oben, so wie es ausschaut, macht es Sinn, wenn die gleichmäßig verteilt sind am Schluss. Also, wenn man gleich viel Design und Technology Punkte hat am Schluss, wirkt sich das auf die Bewertung aus. Wenn es hier eben eine Balance gibt. Und was ich ja auch schon nachgeschaut vor einiger Zeit, nachgeschaut habe vor einiger Zeit, ist, wer für was hier geeignet ist. Wie gesagt, zum Teil ist eh klar, sowas wie Story Quests, jemand, der mehr Designpunkte hat, jemand, der mehr Technologiepunkte hat, sollte eben entsprechend eventuell an Gameplay oder sowas arbeiten. Also, ja, das glaube ich, eigentlich an Gameplay an der Engine, würde ich sagen. Das sollte sich mehr oder weniger von selber verstehen, aber eben, wie gesagt, muss man ja auch mal wissen. Und was ich auch nachgelesen habe, was mich interessiert hat, ist, wie schaut es aus, bringt es was, wenn man hier zum Beispiel eine Engine hat, die neben Maus von mir auch noch Lenkrad unterstützt und man entwickelt ein Adventure, wo Lenkradunterstützung dabei ist. Wie es scheint, bringt das sogar was, aber das werden wir weglassen, weil ich finde das ein bisschen, naja, unrealistisch, sagen wir mal so. Und entsprechend habe ich mich ja letztes Mal auch für spezialisierte Engines entschieden, weil ich es auch unrealistisch finde, Universal-Engines zusammenzubasteln. So, so oder so, genauso wie es heißt im Wiki, das habe ich auch geschaut, grundsätzlich, wenn man Spiele entwickelt, würde man es vermutlich so machen, dass man die Slider, naja, zum Teil einfach auf Null stellt, so quasi. Also, ich gebe ja dann eigentlich immer ein bisschen was dazu, weil ich sage, naja, ganz außer Acht lassen sollte man es nicht, allerdings muss man natürlich auch daran denken, ganz außer Acht gelassen wird es ja sowieso nicht. Auch wenn man hier auf Null stellt, hat man in dem Sinne nicht Null, weil ein bisschen was da ja trotzdem einfließt, deswegen werden wir hier eventuell auch jetzt mal ein bisschen härter rangehen und das ganz runterdrehen. Was ich nicht geschaut habe und auch nicht vorhaben nachzuschauen, ist eben die Slider-Einstellung grundsätzlich, kann man ja auch problemlos, man sagt, naja, gut, ein Action-Spiel braucht das, das und das. Also, das war jetzt einfach nur geraten, ist natürlich komplett falsch, aber das könnte man auch nachschauen, aber das werden wir uns eben, wie gesagt, sparen. Also, so, Adventure. Ein Fantasy-Adventure braucht natürlich eine gute Story und das Gameplay muss schon auch passen, eben die Engine. Ja, eben, ich bin ja einfach versucht, versucht immer ein bisschen raufzulegen, weil ich denke, naja, ganz ohne Engine soll es ja auch nicht ablaufen und ich weiß, es wäre idealer, das runterzustellen, aber das lassen wir trotzdem so, weil ich mir denke, ja, ich möchte es halt so haben. So, wie sind die Verteilung in dem Fall? Wir sind ja nach wie vor, na, sind wir nicht, das soll ich sagen, wir sind der beste Designer, ist natürlich falsch. Dann, dann machen wir das so und wir übernehmen das Gameplay, ja, und unser Techniker, den packen wir hin, das passt eh. Okay. Ja. Also, eben, und je nachdem jetzt, wo man die Slider hindreht, bekommt man eben mehr Design oder mehr Technology. Und hier in dem Fall sind wir natürlich bei Design jetzt weit voraus und es würde sich eben, so wie ich das verstanden habe, empfehlen, in den, also habe ich ganz vergessen, die Features auszuwählen. Es wäre zu empfehlen, in den späteren Stages das dann wieder so anzupassen und hier zum Beispiel dafür zu sorgen, dass man eben mehr Technology-Punkte bekommt. Und da habe ich eben zum Beispiel nachgeschaut, sowas wie Level-Design, sowas wie AI speziell, bringt eben eine Menge Technology-Punkte zum Beispiel. Vor allem AI natürlich, Dialoge wiederum bringt viele Design-Punkte und eben da sollte man ja auch schauen, dass wir ein bisschen die Balance halten. Darum werden wir es so machen, hohen Wert auf Level-Design legen, dass wir hier auch ein paar Punkte rausgitzeln, wobei ein Adventure einfach meiner Meinung nach mehr Design wie Technologie haben sollte. So oder so. So, dann Dialoge. Bei Dialogen, das ich jetzt nochmal zusammenbringe, Dialoge war Design. Der ist aber schon ausgelastet, da machen wir das. Und Level-Design. Ja, für Level-Design wäre halt jemand gefragt, der eine gute Balance bietet. Das wären eher wir. Ja, also wäre es ja eigentlich so gesehen so nicht schlecht. Da sind wir schon auf 104%. Huh, naja, nützt nichts. Dann werden wir mal hier den Dennis ranlassen und wir kümmern uns um das hier. Dann verteilen wir es mal so. Level-Design, da braucht man keinen. Künstliche Intelligenz, also das war auch so etwas, wo ich sage, eigentlich sollte man es weglassen bei einem Adventure, aber wir haben es dabei in der Engine, also nehmen wir es ruhig mit. Level-Design, Level-Editor, bei einem Adventure gibt es, wenn es nach mir geht, keinen. So. Jetzt arbeiten sie auch wieder fleißig. Hype hätten wir auch. Da könnten wir natürlich jetzt ein bisschen nachhelfen und Marketing machen. Eventuell hier auch Demos rausgeben. Oh, sogar eine Marketing-Kampagne. Na ja, gehen wir mal. Magazin, Inserate und Demos, dann können wir ein bisschen den Hype fördern. So, und wie schaut es jetzt aus Stage 3? Ähm, Open World für ein Adventure. Ja, ja, warum nicht? So, selbes Thema, World Design bringt, was bringt hier die meisten Technologie-Punkte Grafik? Dann werden wir mal hier auf die Grafik-Wert legen, damit man, so richtig, damit man schön viele Technologie-Punkte noch zusammenbringen. Ähm, ah, das wollte ich mir auch nochmal anschauen, weil ich ganz vergessen, was die Prozent hier bedeuten, weil das ja je nachdem, ich glaube, da muss man einfach eine gewisse Menge, investieren, dass der Sound passt, sozusagen, wenn man da drunter liegt, dann wird der Sound irgendwie zu schlecht, so verstehe ich das zumindest. Ich hoffe, das ist richtig. Äh, so, dann stellen wir es so ein, würde ich sagen. Wobei, Sound-Band-Adventure, vertonen wir das eigentlich schon. Dann müssen wir es ein bisschen ausbalancieren. So, dann sind die Workloads eh schon halbwegs vernünftig verteilt. Passt das auch? Der Dennis macht die Grafiken, der wäre ja, für Grafiken braucht es eh, glaube ich, ein bisschen etwas, was gute Balance hat. Das ist, wenn wir das machen und der Dennis macht das hier. Na, ist umgedreht besser. Und das World Design, das könnte eigentlich, machen wir es so, ja, machen wir es so. So, passt. Gut, dann sollten wir noch ein paar Technology-Punkte jetzt in dem Fall dazu bekommen, dass das ein bisschen noch aufholt gegenüber Design. Der Hype steigt auch und wir haben 28 Bugs produziert. Ich glaube, das ist auch ein neuer Record. Da werden wir hier noch ein bisschen warten, bis wir das rausbringen. Vielleicht noch den einen oder anderen Technology-Punkt abwarten. Da ist noch ein neuer Bug dazu gekommen. So, noch einer. Ja, sagen wir mal. So, jetzt aber. Finish. Und nur ein Rekord haben wir auch aufgestellt. Das, ja, so läuft es, wenn man Leute auch mal in den Urlaub schickt. Bringt eindeutig was. Und der Dennis bekommt ein bisschen mehr Kohle. So, Minigames können wir jetzt auch erforschen. Wie schaut es aus? Ein klarer Trend zu Casual Games. Das wäre momentan angesagt. So, Advanced Quest. Ich hoffe, ich habe nicht richtig geschrieben. Schauen wir mal, ob wir da einen Treffer gelandet haben. 10 Punkte. Fantasy & Adventure. Großartige Kombination. In Form Gamer liebt es auch. Game Hero will mehr haben. Und ein neuer Favorit für All Games. Also ein super Sequel haben wir da gemacht. Und Eigenverlag noch dazu. Mal schauen, was da rauskommt an Geld. Wir werden aber gleich, bevor es hier weitergeht, mal schauen, gäbe es ein Casual Game Publisher Deal. Zumindest auf keiner Plattform, die ich machen will. Das ist immer noch Fashion. Hammer Casual eigentlich überhaupt schon, ist die Frage. Wieso sehe ich das? Jetzt bin ich gerade blind. Achso, ich habe mich nicht direkt angeklickt. So, New Topic. Achso, Casual ist ja... Moment, das ist... Jetzt bringe ich es gerade durcheinander. War Casual jetzt hier irgendwo zum Erforschen? Ah, ich glaube, das haben wir schon. Jetzt kenne ich mich gerade gar nicht aus. Kleinen Moment. Topic. Topic. Ähm, Genre. Ah, ein Genre. Okay, alles klar. Gut. Na ja, soll man einfach ein neues rausbringen? Sollen wir einfach ein Casual Game programmieren? Ein kleines. Na, eigentlich, warum nicht ein Medium? Medium Casual Game. Jetzt ist die Frage, mit welcher Engine, mit unserer 3D-Engine, ein Casual Game. Hm. Haben wir schon ein Musikspiel gemacht? Muss ich mal schauen. Ein Musikspiel. Science Fiction. RGB. Na na na. Ah ja, wir haben ja Mute gemacht, genau. Hm. Vor 4 Jahren. In etwa. Sollen wir uns trauen, hier noch ein Sequel zu machen? Sollen wir uns das trauen? Noch ein Spiel, ein allerletztes Spiel für den Gamelink vielleicht? Oder natürlich für eine andere Plattform? Fürs Play System vielleicht? Man hat immer noch 17,7% Markt. Und alles ist eigentlich sehr, sehr viel. Na dann. Gibt's natürlich ein Music Casual für den Gamelink. Für Junge. Machen wir es diesmal für alle. Und zwar mit der Adventure Engine. Weil ich möchte eher ein 2D-Ding machen für den Gamelink natürlich. 300.000 kostet uns das, aber das passt schon. Medium. Ja, ja. Kommt, passt schon. Aus rein Spaß an der Freude. Los geht's. So, und unser neues Spiel verkauft sich mittlerweile sehr gut, so wie es ausschaut. Also, ein Musikspiel. Das mal gerade mit unserer Adventure Engine für den PC entwickeln, fällt mir ein. Auch eigentlich Blödsinn, aber egal. Machen wir eine lineare Story. Save Games, ja. Maus, lass mal weg. Krack der Entwicklung, warum nicht? Ist jetzt zwar ein kompletter Blödsinn, eigentlich sowas zu entwickeln, aber egal. So, Engine. Na, Gameplay muss gut sein. Engine sollte auch gut sein, aber Story und Quest kommen ein bisschen in den Hintergrund. So, verteilen wir es so. Ich glaube, die Zuweisung von den Leuten sollte hoffentlich noch passen, oder? Kontrollieren wir es nochmal schnell. Engine ist ja Techniker gefragt. Ja, ich glaube, das passt noch. Gameplay ein bisschen. Das nehmen wir. Ja, ja. Das sollte passen. Man kostet uns jetzt zwar eine Menge, das zu entwickeln. Und ich glaube, es wird nicht allzu viel bringen, aber trotzdem probieren wir es mal. Ja, wer kein Fan von uns ist, der sollte unbedingt sich mal unser neues Adventure anschauen, wie es hier heißt. Dann werden wir sogar vermutlich einen Preis dafür gewinnen. Das wäre natürlich schön. So, die Game Convention. Ich glaube, da trauen wir uns jetzt mal mit einem mittleren wieder hin. Da haben wir eine schöne Balance im Moment noch. Das gefällt mir gut so. Stage 2, einen Level-Editor. Warum eigentlich nicht? Und da lassen wir den weg. Einfach so, weil ich denke, das... Na, wobei, Dialogbaum. Doch, doch. Aber Dialoge brauchen wir nicht ganz so viel. Künstliche Intelligenz. Ja, aber hohes Level-Design würde ich in dem Fall sagen. Machen wir es so. Verteilung passt eh noch relativ gut. Wobei, Level-Design macht jetzt der Dennis. Ich glaube, das machen... Na, es passt eh. Das passt schon. Wohl, das passt. Sollte sich nach wie vor halbwegs gut verteilen. Mehr als 100.000 Fans. Ja, eben. Ab jetzt wäre quasi Self-Publishing von Medium Games angesagt. Aber machen wir ja schon. So, das bekommen wir hier für eine Nachricht. Für 162.000... We want to play Wargames. Oh, da wird Sabotage verübt. Aber das lassen wir, haben wir gesagt, alles weg. So, sehr schön. Immer noch gute Balance. Jetzt, ähm... Ja, da muss man durch Folge ausgehen bei Sound. Keine freie Grafiken und World Design so in der Balance lassen. Das muss jetzt aber jemand anderer übernehmen, würde ich sagen. Wer mag denn... Man, was braucht natürlich auch Technology für Sound, aber... Das verteilen wir jetzt mal so, würde ich sagen. Äh... Open World. Lass mal weg. Oder Musik spielen mit Open World. Na, warum eigentlich nicht? Klingt interessant. Ah ja, und da ist jetzt Grafiken. Genau 81%. Da braucht es eben oft... Ich glaube halt zumindest, dass das heißt. Das heißt, man braucht hier ein bisschen mehr, sozusagen. Jetzt mal schauen, was ist, wenn wir da jetzt jemand anderen wählen würden. Das macht gerade der Dennis. Einfach mal rumprobieren. Na, ändert sich offensichtlich nicht. Okay. So, auf der G3 sind wir. Und wie viele Leute besuchen uns dieses Mal? Ich weiß gar nicht, wie viele die letztes Mal da waren. Und noch 83.000. Das klingt ja nicht schlecht. Zwar nicht unter den Top 100 Ständen. Aber ist schon okay. So, Hype haben wir auch hier gerade. Dank der G3. Da müssen wir schauen, dass wir die Bugs wegbekommen. Und da werden wir gleich danach releasen, sobald die weg sind. So, los geht's. 70, 59. Das geht eh. So, Dreamcast ist raus. Da ist die Frage, sollen wir für die vielleicht was entwickeln? Natürlich kein neuer Rekord jetzt, aber trotzdem. So, da gibt's eine Gehaltserhöhung. Oh, super neue Forschungsthemen. Physik, Mod-Support. Vollbild-Videos, Full-Motion-Videos. Also, was sind Full-Motion-Videos? Sind das... Gute Frage. Gerenderte Videos, keine Ahnung. Und eine neue Version von den 2D-Grafiken. Ja, da werden wir gleich ein bisschen researchen. Und zwar haben wir 130 Punkte. Was wollen wir denn haben? Das klingt interessant. Da könnte man uns dann eine Engine bauen. Für Wirtschaftssimulationen. Die neuen 2D-Grafiken verschieben. Ein bisschen Mod-Support. Sehr interessant. Und für unsere nächste 3D-Engine Physik. Und was erforschen wir noch? Minigames. Können wir nicht mehr. Easter Eggs. So, schauen wir mal. Unmute. Oh, das schaut gut aus. Jeder liebt es. Da haben wir ja... Wow. 10 Punkte nochmal. Das wird ja neu. Wow. Okay. Truly great. Oh. Nur 9 von All Games. Die hassen das Spiel offensichtlich. Ja. Super. Wahnsinn. Jetzt ist nur die Frage, ob wir es richtig ausgerichtet haben. Und ob wir auch so viel verkaufen, dass es sich lohnt. Ja. Da eben. Ah na. Moment. Das neueste Spiel in der Serie. Ja. Hat super Resonanz bekommen. Und die Kritiker freuen sich drüber, dass wir eine neue Engine verwendet haben. Eine wahre Innovation. Unsere Adventure-Engine. Offensichtlich für Musikspiele. Sehr gut geeignet. Das freut natürlich. Und verkauft sich sehr, sehr gut. Und 4 Millionen haben wir mit Advanced Quest verdient. Auch super. Und mit Unmute schaut es auch nicht schlecht. So. VaynerOasis kommt vom Markt. Ja. Und da eben. Auf das habe ich gewartet. Unmute fällt hinter die Erwartungen zurück. Obwohl es auf Platz 1 ist. Naja. Aber eben die Plattform. Da sind Junge wohl eher gefragt. Aber ich bin da absolut zufrieden. Mit dem Ergebnis. Und wir sind reich. Eine halbe Million haben wir verkauft. Von Unmute. Wahnsinn. Super. Multi-Genre. Multi-Genre. Das klingt auch extrem interessant. Wird aufmutlich zu viele Punkte brauchen. 80 Punkte. Ja. Dann wird es Zeit für eine neue Engine würde ich sagen. Und zwar bauen wir uns jetzt zusammen eine. Das wird unsere Sim-Engine für Simulationen. Schauen wir mal. Story. Ich überlege mir das gerade ein bisschen Multiplayer. Ja. Video. Also Physik lassen wir weg. Mod Support kommt rein. Und eben Simulationen spielt man definitiv. Ja. Gamepad können wir nehmen. Machen wir so. Charakter. Ja. Easter Eggs. Warum nicht? Die AI ist natürlich wichtig. Das schaut doch nach einer tollen Simulations-Engine aus. Physik braucht man nicht. Da ist eben die Frage jetzt wegen Story und Quests. Ich glaube das lassen wir so. Das ist unsere neue Sim-Engine. Kostet eine Menge. Ja. Da kriegen wir nochmal gute Kritiken für unser Unmute. Na ja offensichtlich war Mute einfach eine schlechte Idee. Ein Musikspiel zu machen. Das auf Mute läuft sozusagen. Ja. Dann machen wir an der Stelle einen kurzen Schnitt. Läuft der richtig gut. Mal schauen. Wow. Schaut sich das an. Da verkaufen wir fast eine Million von dem. Unglaublich. Und wir bekommen eine Menge Fans dazu. Ja. Und als nächstes gibt es dann eine V-Sim würde ich sagen. Freue ich mich schon drauf. Und ich wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Für Denk. Und Baba. Tschau.